Okay, können wir hier irgendwie... Es dauert immer, hier zu itemisieren. Ich will nur eine Blanketentrecke für die ganze Galle. Gesamte Compuise ist einfach wie ein Schraztropfen. Ein fünftes Ding brauchen wir noch. Die Flächen gehen noch auf die Listen. Entschuldig. Das ist es. Ich habe mein Report gewonnen. Ich sollte es zu Iron Rose zeigen. Können Sie diesen Report, bitte? Ja, sehr genau. Sie? Ich bin gut an meinem Job. Ich würde nicht so gut gehen. Hier. Ich habe ein paar andere Liste bereit für die Kapitänseignatur. Oh, sehr schön. Um das unteren mischen. Es ist ein Stack Papier, die für LeChucks Signature warten. Die Stack Papier, die für die Spiegel. Schütter sein, die für die Spiegel. Es ist ja klar. Einmal alles zu unterschreiben. Okay, hand it over. Fantastisch. Now please give me some peace and quiet. Good news, Chef Putra. You're officially promoted. I'm a chef. Chef Putra. Thanks, Swabby. You're amazing. I owe you one. So, Chef. You sure I can't change your mind on the Monkey Island issue? I do owe you one, but I'm still voting whatever way Rose votes. Okay. Now that you're a chef, would you make me a Scorched Alaska? Of course. I have to warn you though, not to try to eat it. Because of the Demon Pepper? Mostly. You've still got a fair amount of your face left. It'd be a shame to melt it off prematurely. I'd like to try it again. 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 Oh, there's a lot of demons. Some chefs these days use dandruff out of a can. But I would never take a shortcut like that. One Scorched Alaska made to order. Be careful with it. And like I said, don't try to eat it. Thanks. We should try to eat it. I don't think I should. Putra said it's made with demon pepper. I really don't think that's a good idea. Putra said, burn's on the way in, burn's on the way out. Putra said, burn's on the way out. Putra said, burn's on the way out. If they just burnt two or three times. OK, here goes. I had to get it. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Tja, geil, Barsch. Ungefähr verständigt jetzt köpfe ich. Tja. Monster ist genug. Das muss mal passiert sein. Ich hatte ein paar Beispiele, aber ich habe das geschafft. Alasca. Schmerz. 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 für den Rest des Tages. Danke! Hey, Bob, ich habe ein tolles Buch für dich. Hey, das sieht ausreichend. Danke! Ich bekomme dir einen. Könnte ich auf deine Wahl gehen, um zu Monkey Island zu gehen? Natürlich, kein Problem. Okay. Ich denke, du solltest auf Monkey Island zu gehen. Ich will nicht darüber sprechen. Ich habe eine Krise der Hoffnung. Ich bin nicht inspiriert von LeChuck, um seinen Weg zu folgen. Okay. Okay, wie überlegen wir sie? Hat er doch schon. Okay, und dann? Okay, ich gehe jetzt. Ich denke, wir müssen sie noch eine Krise der Hoffnung. Ich denke, du solltest auf Monkey Island zu gehen. Ich will nicht darüber sprechen, jetzt. Ich habe eine Krise der Hoffnung. Und dem nicht inspiriert von LeChuck, um zu folgen. Okay. Okay. Wir können wir nach Monkey Island wieder gehen? Willst du noch eine Verteidigung? Geh die Bälle selbst. Sieht aus, dass es empty ist. Glocke Leute. Eine Bälle. Die Verteidigung. Wir haben nicht nur das gemacht. Die Verteidigung ist gezwungen. Sieht aus, dass es keine Verteidigung anwenden wird? Die Verteidigung nach Monkey Island, auf dem ich ich. Nein. 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 Ich kann sie in einem Hausarmer proben. Tja... Kann man da Chuck drüber reden? Shouldn't he be swabbing? Was do you want, swabby? Warum genau versucht sie das Kenntnis von Magellan zu finden? Und vielleicht einen Weg gefunden nach Magellan zu kommen. Das Game auch stimmt, wurde nicht vor Jahren nach Magellan gekommen. Vielleicht kann er sie überzeugen. Was ist ein anderes Schiff, die eine Potion machen und wir können sie einfach folgen? Was sagt diese Namen? Der, der da, auf meinem Tisch. Es sagt LeChuck. Und LeChuck ist ein Liedler, nicht ein Follower. Jetzt raus hier so ich kann denken! Oh, ja. Was willst du, swabby? Warum genau versuchen sie zu finden, das Geheimnis von Monkey Island zu finden? Das Geheimnis von Monkey Island hat viele ein Piraten verletzt. Einige glauben, dass es nicht existiert. Das Geheimnis von Monkey Island hat nur ein Myth oder ein Joke. Das Geheimnis von einem Follower. Niemand hat mehr über das Geheimnis von Monkey Island verletzt. Ich glaube, es hat ein Mystikal-Präsident, für E-V-I-L. Und als ein added Bonus, es wird Threep-Weed über die E-T-G-E-N-G-E-N-S. Der Riep-Wood. Wod mit zwei O's. Was war dein Name noch mehr? Ah, swabby mit zwei B's. Ähm, ich weiß nicht, ob ich einen Blick auf die Mappe, die du vorst warst? Nicht touchieren die Mappe! Das wäre die richtige Mappe für das Geheimnis von Monkey Island. Procuret von mir, bei großem Wurzeln und keine kleine Probleme. Also werde ich nicht touchieren, sogar mit deinen Augen. Leastwise, not while they still reside in your skull. Are you sure I can't take a peek at the map to the secret? I just washed my hands. Touching that map is a shortcut to being keelholed. Ah, yeah. The voodoo potion spell thingamajig is coming along great. Nothing to worry about. Then... Why are you bothering me about it? Now get out of here so I can think! What do you want, Swabby? Didn't Guybrush Threepwood get to Monkey Island years ago? Guybrush Threepwood is a fancy pants wearing third-rate sailor and a has-been pirate. He stole the woman I loved. And I will eat his heart at the gates of hell. Did you really love Elaine? Or was it more of a... My patience is wearing thin, Swabby! Now get out of here so I can think! Uh, yeah. A ball. What do you want, Swabby? Are you sure I can't take a peek at the map to the secret? Touching that map is a shortcut to being keelholed. I'll just go swab something. Now get out of here so I can think! Keep your eyes off that map, Swabby! Keep your eyes off that map, Swabby! Tja. Können Q-Tor noch irgendwie überreden? So, Chef. Gibt es sicher, dass ich deine Meinung nicht auf dem Monke-Island-Issue verändern kann? Ich habe dir einen gewonnen. Aber ich bin immer noch in die Weise Rose gewählt. Okay. Ich lasse dich zurück zu kooken. Ja. Ich habe mich nicht mehr überreden. Was ist das alles? Oh, ja, ich weiß, eine Archen-Huske, Bile-duck-Extract, Zucker, Fangen-Weid, nichts Unusual. Ich denke, du solltest dich wählen, um nach Monkey Island zu gehen. Ich will nicht darüber sprechen. Ich habe eine Krise der Hoffnung, um nicht inspiriert von LeChuck zu folgen. Okay. Das sind ein paar empty Container von Monkey Blood und Squid Ink. Tja, ich glaube, ich brauche einen Hinweis, sodass es mir auch tut. Iron Maus hat ihr Vertrauen in LeChuck verloren. Wir mussten sie wieder aufmachen. Aber wie? Äh, wie soll das? Die Einführungsbroschüre? Wie soll das klappen? Ich habe das, was ich probiert. Ich habe das mit mir auf meine Orientierung gegeben. Es hat ein gutes Zeug. Oh, ja. Ich habe es zusammen, ich selbst zu tun. Keine Brotung. Verwärts. 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 So etwas verdammt. So unapologetically unabhängig. Das wirklich zurückgibt. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Ja, da war noch was. Okay, Marie. Ich brauche nur noch etwas von dir. Ich hoffe, du bist nicht allergisch zu Pfeifen. Natürlich nicht. Hey, was machst du? Das ist nicht gefährlich. Und Feuer. Okay, aber wie zum Hänker? Wir müssen ihn irgendwie ablenken. Bis er da rauskommt. Ich weiß. Ja! Ich weiß, jetzt ist es notwendig. Vielleicht können wir noch mal versuchen durch das Wurl auf uns zu kommen. Ich finde, das geht nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, folgendes. Ich habe eine Idee. Da können wir uns reinschlechen und nicht klauen. Das ist doch die höchste Woche. Ja. Ich weiß nicht. Ich stehe mich mal hier rein. Es wird nicht gut ausgehen, aber... Es wird leicht. Es ist nicht so schön, es gibt. Es ist schön, aber klar. Das ist wichtig. Es ist nicht so, ich finde. Es gibt eine Werke, wenn ich das richtig habe. Es ist richtig. Es ist richtig, wenn ich das richtig bin. Es ist wichtig. Es ist nicht zu viel, um die Schillen zu kümmern, aber ich werde was ich bekommen kann. Schön, ein Slideshow von creepy Zombie-Güssen. Ich kann nicht entscheiden, welches mehr stürmer ist. Lachuck ist zuerst enttäuscht Elayne's Wedding Veil? Oder er hat eine Kopie gemacht? Tja, hier hat er seine Karte nicht. Warum nicht? Es ist nicht so viel wie eine Karte. Es ist nur ein Schreiben, aber es ist sicherlich wichtig. Tja, ich bin ratlos. Ich weiß, Art sollte dich holen, aber das ist zu weit. Tja, wir müssen zum dritten Mal. Ja, das habe ich doch schon. Äh, ok. Aber das ist doch nicht seine Karte, oder? Eine Mock-Karte. Die ich nicht mehr habe. Die ich nicht mehr habe. Äh, das ist nicht remotely wie eine Karte. Er hat es sofort gesehen. Na toll, die Karte habe ich doch schon abgegeben. Wir suchen die jetzt da noch. Eine Mock-Karte. Eine Mock-Karte ist eine Mock-Karte. Ich glaube nicht, dass er die Unterschiede sieht. Jetzt muss ich nur eine Karte von Madison und wir werden gut gehen. Ich hoffe, er wird es nicht mehr. Ich hoffe, er wird es nicht mehr. Er hat es nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass wir die Map sehr bald wieder von ihnen werden, und das ist das Geheimnis. Deswegen... Kurz mal ein Screenshot gemacht. Da ist ein Glatter... Rückenkopf. Auf nach Monkey Ernest. Sie ist unter dem Weg. Alle Hände! Stand bei der Ausgabe! Wir sind knappe da, Mihartys. Die gewählten Flaschen der gewählten Monkey Island. Kapitän Madison und ihre Assoziaten werden müssen, natürlich. Aber unsere größte Priorität ist das Geheimnis. Extra brauche Rationen für alle! Großartig! Großartig! Warum zwei Grammose hat das in die Augenklappe geworfen? Ich habe das nicht gesehen. Das Geibach, du Idiot! Oh nein! Also werde ich dir das erste Geib haben lassen! Dieser Idiot! Du wirst dich wie ein verwundetes Fluss fährt. Du... Ich werde dich aufspießen wie ein Schweiner am Spieß. Du wirst dich wie das Buttermesser, das du Schwert nennst. Bleiben wir uns sicher beim Termin mit deinem Geheimnis. Du bist so rastig wie das Buttermesser, das du eine Schwert nennst. Wir sind beide immer schärfer als du! Okay. Dexen, komm zurück. Warum solltest du es wieder versuchen? Ähm... Was hast du gesagt? Ich werde noch Speere. Ich lasse noch Asse. Ich werde noch Siebel. Du bist alle Buttress und keine Cutlass! Du bist alle Mattress und ein Blast! Oha! Hey! Scheiße! Ich habe diese Runde gewonnen. Wir müssen auch die Runde, wenn wir das machen. Du wirst nicht wissen, wie eine Runde zu benutzen. Ich kann nicht entscheiden, ob du das Ding wie ein Featherduster oder wie ein Mop. Hey! Ich kenne diesen! Oh, ich habe es praktisch gemacht, hm? Welchen Reaktion würdest du dafür benutzen? Wie ein Featherduster oder wie ein Mop? Ebenso ... ... es würde ich mit dir den Boden wischen. ... auch mit Either way, ich schlange den Boden Asse. Äh, was? Oh oh. Ähm. Teil 3. Rückkehr nach Monkey Island. Wird schon zu Monkey Island. Monkey Island 6 Minuten muss weg. Mehr oder weniger. Ist es mehr oder weniger? Was? Du sagst du kannst du deinen Geist für 10 Minuten. Aber dann, manchmal, du sagst 8. Einmal habe ich gehört, du sagst 12. Welche ist es? Wo bin ich Prime? Ich kann 10 Minuten machen. Kein Problem. Du bist in deinem Prime in dieser Geschichte? 8 Minuten? Nun, lass mich zurück nach vorne, bevor die 8 Minuten rausgehen. Okay, 6 Minuten Fußweg. 2 Minuten später. Okay, wir müssen uns immer beeilen. Ich hoffe, wir werden nicht aufgehalten. 2 Minuten später. Oh oh. Noch mal 2 Minuten, das wird knapp. Oh. Okay, wir haben es geschafft. Haha! Endlich! Hallo Monkey Island! Ich bin ich, Kai Brush. Habt ihr mich vermisst? Dein Geist wird mein Geist. 10 Minuten. Topf! Ich muss nur schauen auf die Kappe, die ich von Lechuk stole. Ein süßes romantisches Herz. Oh. Es ist ein Herz mit L&E, das jemand romantisch in den Baum. Äh, Lechuk unter denen? Wahrscheinlich. L&E. Wondere, wer das ist? Sie muss so in Liebe sein. Oh, Muray. Murray? Ist das du? Entschuldigung über den Kanon. Oh. Es ist nur eine verrückte Kappe. Ich behalte das für meine Shakespeare-Sommerstock. Ah, ja. Ich muss nur ein Herz gelb. Nur ein Herz gelb. Ich muss nur ein Herz gelb. Ich bitte. Jetzt schaffst du die Karte zum Geheimnis von Magie an den Folgen. Das Geheimnis von Magie an den Finden und die glorreiche Zeit noch mal durcherwählen. Äh. Wir sind erst im Karten von Kapitel 3. Das wird doch jetzt nicht schon fertig sein. Oh, eine Karte. Karte. War hier nicht Monkey Island 2 der Hörmann. Welch der folgenden Dinge kann man ein Skurvy-Docker nicht kaufen. Oh. Und jetzt für Teil 3. Ich nenne Monkey Island, ich nenne Return to Monkey Island 3. Und Curse of Monkey Island 3.1. Ich würde das gerne als Alternativ-Universum sehen. Das ist also, aber 4 und 5 reden wir nicht. Die sind ja, nicht der Rede wert. The Curse of Monkey Island 3.1. Return to Monkey Island 3. The Darks Revenge ist Monkey Island 2. Und Secret of Monkey Island 1. Da haben wir es. Habe ich jetzt geklärt. Das ist jetzt so. Heißt wie einer Skurvy-Docs. Hühnerfußpompas Kork. Welch der von den kann man einem Skurvy-Docs nicht kaufen. Kork gibt es nur für Erwachsene. Skurvy-Docs kann man kaufen. Ich würde sagen, das ist nur für Erwachsene. Oh Mann. Verdammt. Das war die andere Antwort. Könnte man kaufen. Das ist nur für Erwachsenheit. Die Antwort kriegen wir nicht wieder. Die Karte ist immer verloren. So, Monkey Island. Die Gantt, die Gantt, die Gantt, die Gantt, die Gantt und Affenkopf. So, was sagt die Karte? Beginne eine Suche am roten Bärenstrauch. Ein roter Bärenstrauch. Den haben wir hier. Oh, das Labyrinth. Große Hand. Was? Lass uns das Geheimnis von Monkey Island finden. Folgendes stehen für ein Affenhand. Hier ist ein Affenhand. Es ist eine große Stoen-Monkey-Parte. Ich habe Angst, um zu denken, welche Part ich nächstes finden könnte. Ich hätte eine Kugel in der Mitte gelegt, aber das ist nur ich. Bleib auf dem Mingenurz, schleicht dich an den Minen vorbei, Bach das Schild. Untertitelung des ZDF, 2020